Spannende Situation Die politische Landschaft in Deutschland steht vor einem spannenden Wendepunkt. Nach dem Bruch der Ampelkoalition hat Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, am 16. Dezember 2024 die Vertrauensfrage zu stellen. Sollte er diese verlieren, stünde das Land vor einer vorgezogenen Bundestagswahl. Der 23. Februar 2025 ist hierfür als Termin vorgesehen. Doch während die Demokratie hier ihren grundlegenden Mechanismus, die Neuwahl, zeigt, gibt es einige Aspekte, die Fragen aufwerfen und möglicherweise auch Herausforderungen für das demokratische Prinzip darstellen. Mehr als zwei Monate Zeit, aber was geschieht bis dahin? Von heute an bis zum Wahltermin im Februar besteht theoretisch noch ausreichend Zeit für interne Abstimmungen, strategische Überlegungen und Koalitionsspekulationen. Das mag zunächst wie Routine in einem politischen System klingen, kann jedoch auch Risiken bergen. Die lange Vorlaufzeit und die zahlreichen Gespräche, die im Verborgenen stattfinden könnten, eröffnen Potenzial für Entscheidungen, die möglicherweise nicht immer im Einklang mit demokratischen Grundsätzen stehen. Parteigremien und Funktionsträger haben nun die Gelegenheit, ihre Strategien zu verfeinern und Allianzen zu schmieden, die das eigentliche Wahlergebnis bereits im Voraus beeinflussen könnten. Die Koalitionsverhandlungen, ein weiterer langer Prozess. Nach der Wahl sind die Herausforderungen für das politische System noch längst nicht beendet. Ein Wahlergebnis wird zwar das Kräfteverhältnis bestimmen, aber keine sofortige Handlungsfähigkeit der neuen Regierung sicherstellen. Koalitionsverhandlungen, die in Deutschland in der Regel Wochen, wenn nicht Monate dauern, stehen bevor und könnten diesmal besonders schwierig verlaufen. Rechnet man mit einer realistischen Verhandlungsdauer von mindestens vier Wochen, wäre frühestens Ende März 2025 mit einer neuen, handlungsfähigen Regierung zu rechnen. Die Zeit zwischen der Wahl und der Regierungsbildung wird dabei jedoch nicht einfach tatenlos verstreichen. Die Amtsgeschäfte werden zwar kommissarisch fortgeführt, doch echte politische Entscheidungen und Maßnahmen werden schwerlich möglich sein. In einer globalisierten Welt, in der wirtschaftliche, ökologische und geopolitische Herausforderungen nicht auf nationalen Zeitplänen basieren, ist diese Verzögerung ein Risiko für die Stabilität und Handlungsfähigkeit des Landes. Demokratie und Stabilität ein Balanceakt Die bevorstehende Bundestagswahl ist ein klassisches Beispiel für den Balanceakt zwischen demokratischer Legitimation und politischer Stabilität. Während es ermutigend ist, dass das politische System auf eine Vertrauensfrage und mögliche Neuwahlen vorbereitet ist, zeigt der zeitliche Rahmen doch die Grenzen des Systems auf. Parteien und ihre internen Strukturen haben Zeit, den Wahlkampf strategisch zu gestalten, möglicherweise auf eine Art und Weise, die die offene und freie Willensbildung der Wähler beeinflusst. Für die Demokratie stellt dies eine Herausforderung dar, die nicht ignoriert werden kann. In den kommenden Wochen wird viel diskutiert und verhandelt werden und die deutsche Bevölkerung wird in dieser Zeit genau beobachten, wie die Parteien sich positionieren und welche Themen im Mittelpunkt stehen. Denn trotz aller strategischer Überlegungen bleibt die Hoffnung, dass am 23. Februar 2025 der Wählerwille im Zentrum steht und nicht die politischen Taktiken, die im Vorfeld entwickelt wurden. Die kommende Wahl ist eine Chance für die demokratische Legitimation und gleichzeitig ein Test für die politische Handlungsfähigkeit in unsicheren Zeiten. Wie Deutschland diesen Balanceakt meistert, wird maßgeblich davon abhängen, ob Transparenz und der Wille zur schnellen Regierungsbildung im Vordergrund stehen. Das ist eine Chance für die Beleutung. Die Ausbildung ist eine Chance für die Handlung. Wille bei den Beleutung. So, nach dem Beleutung. Vielen Dank.